Hallo und herzlich willkommen zurück. Für das heutige Video solltest du bereits die Bedeutung des Skalarprodukts im R2 gemacht haben und zumindest noch ein bisschen dich daran zurückerinnern können. Wir werden uns heute nämlich das Skalarprodukt zwei Vektoren im R3 anschauen. Es geht also um das Fenster Skalarprodukt vom Arbeitsblatt Vektorrechnung im Raum. Das Skalarprodukt zwei Vektoren V mit den Komponenten V1, V2 und V3 und dem Vektor W mit den Komponenten W1, W2 und W3 ist die folgende Zahl bzw. Skalar. Also es wird gebildet, indem ich den Vektor V mit dem Vektor W multipliziere. Das heißt, den Vektor V in Komponenten aufgeschrieben, das heißt V1, V2 und V3 mal den Vektor W in Komponenten aufgeschrieben, W1, W2 und W3. Und wir multiplizieren jeweils die ersten beiden Komponenten der Vektoren, das heißt V1 mal W1 und addieren das Produkt der zweiten Komponenten, das heißt plus V2 mal W2 und dann addieren wir noch das Produkt der dritten Komponenten, nämlich V3 mal W3. Und ganz wichtig, das sage ich gleich im Voraus, ist zu betonen, dass das Ergebnis eine Zahl bzw. ein Skalar ist. Wir schauen uns das Ganze nun gleich mal praktisch an einem Beispiel an. Wir haben nun den Vektor V gegeben mit den Komponenten 3, 1, 1 und den Vektor W mit den Komponenten minus 2, 3 und 1. Wir wollen nun das Skalarprodukt dieser beiden Vektoren bilden, das heißt V mal W rechnen. Das ist gleich die Komponenten von V3, 1, 1 mal den Vektor W minus 2, 3, 1. Wir bilden das Produkt der ersten Komponenten, das heißt 3 mal minus 2, addieren das Produkt der zweiten Komponenten, also 1 mal 3 und addieren das Produkt der dritten Komponenten, 1 mal 1. Und das Ergebnis ist minus 2. Das heißt, das Skalarprodukt bzw. die Zahl, die wir als Ergebnis von unserem Produkt bekommen, ist minus 2. Das ist übrigens dann aus der dritten Komponenten, also 6, 1örner Komponenten, also 5, 3 und dritten Komponenten. Das ist übrigens dann zugänglich an. Vielen Dank.